Ich glaub der ist aggro auf mich. Nee ist er nicht. Ich hör schon wieder hier tausend Endermans. Ach stimmt die Dinger haben ja so ein hässiges Jump'n'Run. Hikes Liebling. Hm nicht wirklich. Das war auch nicht ernst gemeint. Oh ne. Oh ne. Scheiße. Ja. Ich sag schon Ade. Ich brauch noch ein paar Baublöcke. Ich könnte normalerweise hier unten Wasser setzen. Ich hab ja einen Wassereimer dabei. Mach doch doch. Warte. Ich muss erst noch mal da hochkommen. Ähm. Jo. Jo. bootsi. Wann geht denn der scheiß weg? Scheiß Enderman, ich könnte kotzen gerade so, so, so der Block muss weg warum hat hier einer so sinnlos Blöcke gesetzt? Okay, ich rede mit mir alleine Ich weiß nicht, ob du meinst der Apfelstadt gemutet Ich sehe ihn auch nicht mal mehr hier irgendwie Ich bin nicht bekloppt, mein liebes Freundchen von Enderman So Andersherum, ich habe keine Ahnung wo du bist, Ike Ach, da unten Immer noch da unten Ich setze jetzt hier Wasser hin falls ich wieder runterplumpse Möchtet ihr die Lytra haben aus dem Schiff? Wie, du bist schon beim Schiff? Da hat sich hochgebaut Ja, ich habe mich einmal hochgestackt Ich habe den faulen Weg genommen Dann würde ich erst recht sagen, dass Alixir kam darf Ja, wenn ich es könnte alles, dass ich sie einmal nutzen muss äh, ich muss sie nutzen, sonst komme ich nicht mehr weg Oh, ne Ich mache einen langen Ausflug Ey, ich muss erst mal bis da hochkommen Wünsche es dir nicht, Arsch Komm runter, Ike Ich gebe dir unten die Lytra Ich will jetzt auch mal hier hoch Also Ich dachte, du sollst jetzt mal ein bisschen Dribility Du kannst mit Membran wieder reparieren Ja, das weiß ich ja Kommst du? Ey, der ist gar nicht mehr da Wer? Ike Wo bist du denn jetzt, Ike? Ähm Nachbarzweig Ach so Ach da Moin Ich lasse mich hier jetzt mal hochbauen Komm, geh auf So Nein Scheiß Schalkerbox Ich hab auch einen Banner Ich bin Heavy Nein Wo kommen die her? Ach, da ist eine Schalkerbox Hab dich Äh Ja So Äh, wer ist denn hier? Ah, da Ja Danke, danke Das hat die Mobility verloren Weil ich von dem Schiff wieder hoch Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Ja, kein Problem Ah, wie gesagt Kannst du ja auch mit Äh Kannst du ja noch reparieren Membran Und mein Ding auch klatschen Nein Äh Hört Auf Kann man hier Hier hat einen Schaden gekriegt Und die ist down Nice Was braucht man eigentlich für so eine Schalker Kiste Zwei Schalker Shels Und was noch? Äh, und eine Kiste Oh wow Okay, ich hab kein Holz dabei Oh man, ey Lass mich wieder runter Ich hasse das Äh Das hab ich auch Viermal Ich hab hier eine Kiste Eine Enderkiste Gefunden Eine Enderkiste? Ja Das ist sehr gut Ich bin gerade mal auf dem Weg zu dir Da kann ich nämlich ein bisschen was safen Ähm Wo ist er denn? Ja, äh Direkt hier bei mir Und die Kiste hier, Washer? Warte, ich bin gerade runtergeplumpst Oh, warte, 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 warte Brauchst du nicht hochkommen Ich hab ein Zirktappspitzack in der Kiste daneben gefunden Ich kann sie abbauen Nee, nee, nee Nee, ich bin schon oben Ich bin schon oben Ich bin schon oben Kein Ding Äh Das da rein Das da rein Die Elytra da rein Das 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 da rein Ähm Das bleibt im Inventar Nice Das ist eine dumme Idee, was ich gerade vorhatte Also direkt wieder zurück Boah, ich hasse die Dinger Diese Geräusche einfach, ey Die Ena hat sich hier raus tippet Alter, ich find hier so viele Mending Tools Ich geh noch mal ein bisschen weiter Ich hab Iron Boots mit Mending hier gefunden gehabt Ich hab eine Enchanted Shuffle mit Mending gefunden gehabt Eine Sextouch Picker Ich brauch bloß eine Kiste und Holz Wenn man es so nimmt Warum eine Kiste und Holz? Crafting Table Oder Crafting Table Autsch Ich hab für ein Crafting Table und Für Damit ich mir so eine Shaker Kistenbox machen kann Wie auch immer Ich hab jetzt erst mal eine Endertaste momentan Ich will einen höher Ich nicht Oben kannst du auch raus und dann einfach weiter rennen Also machen wir das auch so Und dann machen wir das auch so So, ich will jetzt auch mal eine Kiste finden Ja Wenigstens eine einzige Zwei Kisten sogar Nur ich geh direkt weiter Feather Falling 4 Unbreaking 3 Blast Protection Schuhe Effizienz 4 Schaufel Gold Gibt's die häufiger? Was? Diese komischen TP-Dinger Äh, ja Die Shaker Boxen? Nein Die Teile Eigentlich nicht Erst wenn mehrere Endertragen gekillt sind Hier ist Nummero 2 Äh Und ich bin nicht im Kreis gelaufen Das weiß ich Bist du schon wieder Warte mal Bist du im End? Ja, schon die ganze Zeit Es kann sein, dass das was mit dem Biom auf sich hat Ich merke es mir einfach mal Ne, gib mal Koordinaten Ne, es ist ja nicht im erweiterten End Geht doch Achso Dann schreib mal die Koordinaten bitte in Chat Eich, da vorne gibt's einen schnellen Weg nach unten Ich bin schon unten Und ne Bist du denn, Eich? Und ne Ich auch Ja Achst du dein Wasseralmer noch? Ja, extra eingesammelt Vorsicht Hinter dir, hinter dir, hinter dir Das ist so ein Ding Bei mir ist dein Eimer leer Nein, da Oh lol Hau das Teil doch einfach Ähm Ich brauch auf jeden Fall noch Enderperlen Wenn noch so ein Teil ist Fuck off Oh man ey Ähm Wollen wir mal wirklich hin? Und vorsichtlich, dass ich die schaue Ja Ähm Das hat gerade keine Ahnung, ob die noch auf mich oder auf dich aggro sind Ich hatte ein paar mehr angeguckt Ich hab zwei angeguckt Vielleicht auch nicht, ob du die mitgekillt hast Ähm Keine Ahnung Der hier ist noch hoffentlich aggro Der eine, der hier brennen sollte Tötest du es mal bitte? Jo, alles erledigt So Das sind die Codes Ja Da hinten Enderperlen Ähm Äh Ich hab sechs Stück Ja ich hab äh 17 Das sind die Äh Wo hast du sie gejobbt? Äh Warte So 14 du hast dich mit innerfallen hingeportet oder was in die richtung ach so nee da ich habe mich nur nicht hoch zu dem teil gebaut okay es ist in die richtung ja moment ich habe noch zu kämpfen mit ihm so viel zu mal nämlich verarschen geht doch das und daran habe ich am meisten warum hast du die wasserflasche die flasche weggeschmissen und weil ich die nicht brauche ich habe zu hause in meinem haus mehr als genug flaschen okay das stimmt ändertrache ist ja weg und nochmals bauen tun will jetzt erstmal nicht nee